So, weiter geht's und ich hoffe, ich hoffe wirklich, dass die kleine Pause, Glas-Amlet, oh hier hätte ich auch noch eins gefunden, jetzt irgendwas an den Lags ändert. Mission war es ja, Lily zu finden. Ich frage mich, wo sie hin ist. Da kann ich nicht hin. Fassen wir zusammen, Lily hat die Glocke gehört. Was ist los? Dieses Lied, ich habe es irgendwo schon mal gehört. Lily ist upstairs. Sorry. Man, I gotta get past, maybe if I disguise myself as a guard. Ich muss mich als Wache tarnen. Welche Wache könnte ich denn nutzen? Vielleicht die schlafende Wache hier? Also, meine Mission ist, dass ich mich zahne. Hey, du. Hey, wache auf. Huh? Ich habe gerade einen Verdächtigen. Upstairs, follow me. So, 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 so. Nein, hier drin. Vollidiot. Okay, du Bastard, zeig dich. Hey, was machst du? Boom, 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 boom. Boom. Ich war es nicht. Das war einfach. Okay, jetzt haben wir diese coole, coole, coole Tarnung. Sollte in der Lage sein, jetzt auf den Lift zu kommen. Lass mich durch. Der Lift. Danke. Mein Gott. Fettes Stück. Klack, 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 klack. Hoch. Hoch. Und die Tarnung auf magische Weise weggelassen. Geht es jetzt hier rein. Und das juckt ja natürlich kein, dass ich jetzt nicht mehr wie eine Wache aussehe. Gut, ich gehe hier lang. Ist Lilly hier drin? Wer bist du? Was? Ein Mädchen? Oh ja, ich sah sie auf hoch gehen. Die Treppen hoch. Schon vor einer ganzen Weile. Dann weiß ich, wo sie ist. Dann muss sie einfach hier oben. Wache. Höher, höher, höher. Bitte keine Wachen, bitte keine Wachen. Keine Wache. Katze ihn. Katze ihn. Und? Ich hau nochmal auf meinen PC. Maul halt, du Scheißzeil. Meine Güte. Da ist sie. Mit ihren Tauben. Taubis. Taubis. Und. E-Mero hat sie entdeckt. Sie wirkt wieder unglücklich. Mein Gott, ist dieses Mädchen eigentlich irgendwann mal zufrieden? Das gibt es doch nicht. Was muss man machen, um dieses Mädchen glücklich zu machen? Schöner Song. Oh ja, du bist ein Mitglied von Tantalus. Das muss einfach für dich sein. Punkt, Punkt, Punkt. Fragezeichen. Punkt, 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 Punkt. Punkt, Punkt, Punkt. Satzzeichen. Punkt, Punkt, Punkt. Wow, was eine Aussicht. Punkt, Punkt, Punkt. Hey, Teleskop. Komm, wir schauen uns an. Na los, komm. Lilly, komm her. Sie mit mir durchs Teleskop. Hm. So, was sehen denn meine Adleraugen da? Jus. Dingsbums. Zum. Was ist das? Südtor. Oh, da ist das Südtor. Schokobo. Fragezeichen, 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 Wald. Da kann man ein Schokobo fangen. Was haben wir da? Das ist Marschland. Maybe I should check it out sometime. So, was ist da? Da ist Erbsmountains. Those are the mountains that's one Domesia. Und am Boden ist eine Höhle. Das könnte auch noch wichtig sein. Siebel River. Zum Südtor führt der. Da gibt's noch was? Noch mehr Erbsmountains? Let me see. How's for you? Okay, was haben wir jetzt hier alles zu finden? Uncle Sid knew everything. Dads war hier aus Tantalus. Und sie denkt nah. Sie ist den anderen immer einen Schritt zurück. Sie ist hilflos. Emero. Warum hast du mir geholfen, hier zu kommen? Nach Lindblum. Ist es, weil dein Boss es dir befohlen hat? Ich wollte dir helfen. Der Boss war damit nicht einverstanden. Also endete es so, dass ich die Gruppe verlassen habe. Das ist nicht das erste Mal, dass ich raus bin. Ja. Oh, um. Okay, sie wollten sie halt, wie gesagt, einschläfern. Hey, would you mind giving me some? Sie hatte eine harte Zeit zu schlafen. Ist keine gute Idee. Könntest du abhängig davon werden. Sie singt es immer, wenn sie traurig oder einsam ist. Und sie singt nochmal. Ich weiß, dass sie die Gruppe verlassenen sind.